willkommen zu der neuen folge jumpforce wir sind wieder in der hauptbasis wir gucken mal ob es neue schlüsselmissionen gibt wir haben ja in der letzten folge fünf oder sechs schlüsselmissionen gemacht guck mal gone hat eine quest was will er schlösser die in einer welt namens japan das klingt skurril gone stammt ja aus hunter x hunter spielt das nicht auch in japan nur so nebenbei so wie 90 prozent alle anderen mangas also gefühlt so 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 Was haben wir hier für Fähigkeiten? Was haben wir hier für Fähigkeiten? Das ist auch nicht ein bisschen übertrieben. Gut, versuchen wir es nochmal. Die Wechseln anscheinend schnell hintereinander weg. Vielleicht sollten wir das auch mal tun. Oder auch nicht. Die Wechseln anscheinend. Vielen Dank. So schnell der Minima weg. Dann halt so. Dann halt so. Was ich auch sehr seltsam finde, ist, dass die ganzen Charakter alle so aussehen, also wie der Kerlett kletsch nass werden. Als ob permanent 40, 50 Grad Celsius herrschen. So. Neue Schlüsselmission. Was ist denn eine J-Force Mission? So. 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 Okay, die übertreiben das am Anfang immer. Das war's für heute. So, kugel uns den mein Typen mal an. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? Wie weit hat er sein Hemd zerfetzt? Was ist das? Klar. Jetzt gibt es hier noch eine blaue Mission. Es gibt sogar zwei blaue Missionen. Ich verstehe immer nicht. Das, was Naruto im Gesicht hat, sind das jetzt Narben? Ist das aufgemalt? Oder sind das Müttermale? Ja. 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 Ich will jetzt auf Hunter tippen, so wie das von der Zuko herklingt. Ich bin jetzt auf der Kiste. denn okay die bürger also auch nur einfach drauf los von hier dreimal einfach mal unseren mega angriff da quasi geblockt und nicht normal das ist ich habe es nicht mehr es ist es ist es ist es ist es es Und das trifft er. Okay, die blockt ja auch permanent. Okay, die blockt ja auch permanent. Schau mal, schau mal, schau mal auf! Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Was? Das war's für heute. Das war's für heute. Das hat aber gedauert, ey. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020